Dampfmaschine Hier war alles voll mit Dampfmaschinen, okay. Von hier oben könnten wir Wasser bekommen. Dafür brauchen wir aber eine Pumpe. Pumpe. Wo war die denn? Eine Offshore-Pumpe. Hier muss es doch aber auch einen Eingang gegeben haben. Irgendwo muss das Wasser ja reingekommen sein. Es wird wieder Tag, glaube ich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier die Solarpaneele angehen. Wo komme ich nicht hin? Umspannwerk. Es tut sich doch gerade was, oder? Tut sich da was? Haben wir wieder Strom? Ne, wir haben keinen Strom. Wir haben null Strom. Ist das fies. Das ist ja richtig gemein. Hier ist zumindest wieder alles verbunden. Erstmal will ich diese Kohledinger hier wieder in Betrieb kriegen. Die Kohleteile steuern auf jeden Fall auch hier oben die Heizkessel an. Ach, hier. Guck mal. Hier haben wir noch alles. Hier ist noch Wasser drin. Das heißt, wir könnten noch ein paar Heizkessel gebrauchen. Heizkessel. Dampfmaschine, Heizkessel. Wie viele brauchen wir denn? Eins, zwei, drei, vier. Vier Stück. So, erstmal hier irgendwie Überblick kriegen. Tja. Ja, oh ja. So. Hier waren anscheinend überall Greifarme. So rum. Oh. Einer fehlt doch noch, ne? Ein Greifarm. So. Dann müssten die Heizkessel wieder alle versorgt sein. Und gut, die Ecken mit den Steinwänden und so, die lasse ich nochmal. Jetzt müssen wir aber trotzdem gucken, wie wir hier irgendwie die Kohleförderung wieder ans Laufen kriegen. Da kommt jetzt ein bisschen Kohle. Vielleicht reicht die schon aus, um Strom zu schaffen. Oder? Ist jetzt schon weg? Ich könnte die natürlich auch von Hand da reinklöppeln jetzt. Warum läuft dieses Umspannwerk da oben eigentlich nicht? Hier, das ist doch Solar. Ist da keine Verbindung? Stromversorgung? Ach. Boah. Doof. Extrems doof. So. Da wird wieder Kohle gefördert. Die Kohle müsste jetzt da oben in die Dampfkessel gehen und die müssten dann wieder die Dampfmaschinen betreiben. Wobei, da könnten wir auch mal wieder zwei bauen, sonst bringt das überhaupt nichts. Eins, zwei. Ähm, wie rum muss die? So. Und so. Ich glaube, das sollte reichen. Kann man schon Reparatur-Kits bauen? Ne. Was ist das denn? Schrotflinte. Aber was? Äh. Doch, Reparatur-Kits. Brauche ich mal zwei. Mal gucken. Wow. Bisschen hier die Verteidigung auch im Auge behalten. Der Laserturm braucht auch keine Muni, ne? Der braucht nur Strom. Das ist schon mal praktisch. Hier sieht es so aus, als wären da Steinwände drumherum gewesen. Ich habe aber keinen Stein. Warum kommt hier nichts an? Ähm. Kohle wird massig gefördert. Warum kommt in diesen Dingern hier nichts an? Kein Treibstoff, ja, aber. Musste der nicht hier durchlaufen? Oh. Ich glaube, da fehlt ein Förderband. Jetzt aber. Jawohl. So. Das läuft schon mal. Wird schon wieder Nacht. Die fördern. Und hier ist auch noch massig Kohle im Boden. Kann man notfalls umbauen. Ähm. Hier werden auch Förderer gestanden haben. Ich versuche das gerade hier so ein bisschen nachzubauen alles. Elektrischer Erzförderer. Wie viel brauchen wir denn da? Ähm. Das sieht mir aus wie. Ja, hier kann ja keiner gestanden haben, oder? Wie sind das da? Nur Kohle. Okay, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ah, Kaffee. Okay. Ähm. Ähm. Der muss so, der muss so, der so. Ich habe, ich glaube, ich habe einen zu wenig gebaut. Nee, doch nicht. Okay, jetzt wandert die Kohle auch schon mal hier unten lang. Ähm. Wird es Tag? Wird es Tag? Wird es Tag? Ich könnte echt mal was sehen hier. Jo. So, das ist jetzt verbunden. Hier ist aber noch kaputt. Da fehlt aber noch so ein Ding für unter die Erde, ne? Eins, zwei. Was ist denn mit dem hier? Ähm. Hier muss man auf jeden Fall noch so ein Unterirdischen reinbauen, irgendwie. Ich nehme an, der muss weg. Dann so. Hier geht es wieder rein und... Warum geht es denn da wieder rein? So. So, 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 so. Da geht es auf jeden Fall wieder rein. Weiß der Geier warum? Ähm. Mann, lass das. Was ist denn dazwischen immer? Ein mittelgroßer Strommast. Ah. Kann ich die eigentlich schon bauen? Ich kann nur kleine Strommasten bauen. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich das... So, wie es jetzt ist, ein bisschen umbauen. Wohl, ne. Der kann sich von da was ziehen. Ähm. Ich nehme an, die Trümmer waren alles Greifarme. Ich muss mal eben gucken, was hier ankommt. Natürlich noch nix, weil ich hier oben noch die Lücke gelassen habe. Können schon mal ein paar schnelle Förderbänder bauen, wenn das geht. Können wir da gar nicht, ne? Forschung? Forschung würde schon gehen, aber... Okay, da kommt auf jeden Fall Kohle rein. Die Ofen werden jetzt befeuert. Ich frage mich trotzdem noch, was da hergestellt werden muss. Rot, gelb, rot, gelb. Der Rote muss auf das Kohleband greifen. Okay, rot, gelb, rot, gelb, rot, gelb. Also immer im Wechsel. Mhm. Oh, da oben fehlt noch Strom. So. Ähm. Und was wird da hergestellt? Das kam irgendwie von hier. Stahlkisten. Ei, ei, ei. Junge, Junge, Junge. Das ist hier aber... Und was stand denn hier? Ich glaube, das können wir erstmal alles abbauen, ne? Dann haben wir auch ein paar mittlere Strommasten. Steht hier sonst noch irgendwo was? Das ist der Verladebahnhof. Okay. Das ist noch eine Kiste. Da sind noch Geschwindigkeitsmodule zum Forschen drin. Das hier ist der Verladebahnhof. So. Kohle geht jetzt hier rein. Okay, pass auf. Dann machen wir das mal eben. Mann! So. Ähm, die zeigen von da hinten nach da drüben. Alle zeigen in Richtung der Öfen. Das heißt, der müsste... Ist das richtig? Jo. Hier. 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 Und dort. Und so. Da. Andersrum. Gelb. 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 Rot. Gelb. Rot. Äh. Wollen wir nochmal ein paar? Nochmal. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Gelb. Rot. Rot. So. Ähm. Nochmal die gelben. Halt, die gehen auch in die Richtung, ne? Die gehen auch da rüber. Jo. Ähm. Dort. Dort. Brauche ich noch ein paar? Und so. Und hier in die andere Richtung. Oh. Einer noch. So. Okay. Ähm. Die Kohle staut sich. Da hinten fehlt Strom. So. Damit haben wir alle abgekaspert, die hier Strom brauchen. Ne. Gar nicht wahr. Gar nicht alle. Mist. Ähm. Das bringt ja auch gar nichts da. Das heißt, wir müssen. Ähm. Wahrscheinlich. Ne. Das war falsch. Wir brauchen so ein Ding wieder. Und zwar. Moment. Wie haben die das denn gemacht? Greift der da rein? Das geht doch gar nicht, oder? Aber da vorne wurde es auch so gemacht. Deswegen. Ich mache es hier auch mal. So. Den wieder weg. Und so. Und da dann noch einen kleinen rein. So. Die haben zumindest jetzt schon mal Saft. Und die müssen alle jetzt auch Kohle haben. Ach ne. Geht ja gar nicht. Doch. Klar. Fünf. Hm. So. Was wurde denn jetzt? Was kam denn jetzt von da? Wahrscheinlich Metall, ne? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Verbrennungsöfen. Oder ein paar Hochöfen. Hm. Die da wären. Wo? Schmelzofen? Hochofen können wir doch gar nicht bauen. Dann würde ich sagen, wir rüsten das auf mit einem Schmelzofen. Hm. Hochofen. Kein Hochofen. Ähm. Okay. Wie viel brauchen wir denn? Ja gut. Die passen da nicht genau rein, ne? Warte mal. So. Ich baue mal einen. Mal gucken. Doch, die passen da auch rein. Das heißt, wir können mal einfach, wenn ich so. Das geht. Okay. 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 Das. Ich heer gut. Tschüss. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018